Well Cuphead and his palbug man, they like to roll the dice. By chance they came on devil's game and gosh they paid the price. Wir meinen die nicht. Ich komme da nicht hin. Hitziger Jahrmals, ein Run and Gun Level. Ich mache gemein, das Wort ballern. Fällt mir das irgendwie besser. Wir machen einen auf der Fonds. Hey, here it goes. Hey, here it goes. Hey, here it goes. Hey. Wir sollten nochmal neu starten. It's on. Willst du noch ein bisschen rumalbern? Nein. Ich will nicht rumalbern. Disco Cup. Nicht schießen. Nicht schießen. Die russenden Ballons können wir parieren. Ja, wollte ich versuchen. Au. Ja, so öfter bei mir auch immer. Diese Musik kommt mir so bekannt vor. Ja. Da macht uns gar keinen Schaden. Trampolin. Ne, Trampolin macht uns keinen Schaden. Okay, also ungewohnt. Irgendwas, was jetzt kein Schaden macht. Deswegen habe ich auch so. Kann ich wunderbar damit treffen. Ja, ich will keine Dinger durch. Wird man die Dinger abschießen? Ne. Das macht uns nichts. Ich sollte nur darauf aufpassen, dass die Bälle nicht runterfallen lassen. Ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Ich will es nicht wieder belegen. Ich will es nicht wieder belegen. im begin ja ich weiß dass man mit ein paar jahren muss ich noch ein bisschen üben ja ich sage doch gar nicht die balance angreifen okay wir sind noch gefüllt mit anrufsmöglichkeiten ich glaube ich kann den sie gestorben No was schön hier so greiften der war an die weise doch nicht schon gleich nein das ist nicht die ballons verärgern wie sie uns angrinsen das muss ich noch mal eben tun ja dann liegt er gut wir haben beide noch keinen schaden bekommen ja jetzt also ja natürlich sollte ich vielleicht machen die schule nein das ist doch nicht so sterben da habe ich gar nicht gesehen ich wollte eigentlich nicht und da komme ich doch immerhin mann ich möchte dich jetzt nicht nur drücken aber bitte ja so war das grüne soße gewesen die ist bestimmt eklig und gesund ja genau das gleiche ist eigentlich nein ja 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 ich war ganz aber auch noch von so einer kugel ich war gerne mal bei solchen spielen will ich mal so viel wie möglich schießen man irgendwie keinen grund hat nie zu schließen es gibt nie ein grund nicht zu schießen genau deswegen so jetzt können wir wieder ja auch schießen ja gott also wenn man aber die von der bau getroffen da gerade auf springen sehr schön so jetzt ein stück zurück war beim ersten mal auch schon einen plan aber irgendwie hat er an irgendwann angefangen zu schießen da fand ich nicht so toll davon ist es nicht netten das war schon von hat kommt selbst und ketchup hat ja auf uns geworfen wird ja ich kann es sagen das ist zum essen da ja nicht zum spiel kristen wir haben sie sterben nein dass wir nicht einmal so sterben da kommt ja immer schneller aber wenn er ankommt da ist der diabolische hotdog nimmt das hotdog und dass sie ja wo haben wir gerade der luft am deschen weder war es ja ich glaube wir schaffen das spiel ganz allein auf b irgendwie schauen wir sollten mal zum shop gehen habe ich ein lage ich habe einmal gefunden natürlich mehr hinterm zelt kaffee im kaffee ist man zeigen plötzlich von selbst plus sein eigenes herz das kann ich mir nicht leisten also das jetzt kaufen post eine andere stadt die zwei sicher ich glaube aber gut gefunden für mich du willst du sowas von 100 doppel der herz haben ne ich will hier allerdings erst mal ausrüsten spezial angeheistert ich bleibe im herz so waren zeige für sich von selbst das ist ein eigenes herz hier habe ich jemanden gefunden endlich ich habe mich auf diesen hat keiner geld mehr für deinen frisör für den frisör ich sollte ja wir zurück zu meinen kumpels aus dem quartet also warte mal gehen wir mal zu dem hin mal sehen was was dann passiert oh mein gott wow ihr habt es geschafft wir sind wieder ein quartet man ihr müsst euch bei der suche ja die hatten wir gelaufen haben ich war gerade um die ecke it's nice to rest your eyes and maybe go outside grab a book and get some air so what are you waiting for okay das reicht jetzt das reicht wollen wir was machen ja okay beppi der clown in karneval krawall das ist ein boss und friseure immer wir haben gesungen früher es gab solche barme kratz gab es wirklich weiter gibt da gas hier gibt gas mehr spaß die zählte nicht so als ich bin ich bin doch nicht einfach so sterben lassen der überdicht spaß der typ hat echt spaß ich weiß da kommen wir schafft das war es nicht ja klar der verweilt sich im karussell dinge im karussell dinge ja nein mann die schien die taste eines vogels schon richtig durch eigentlich nur das kann ich mir unsichtbar machen da kann sich nicht mehr umsichtbar machen ach ja stimmt so kaffee gibt es einfach nicht wollte die das leben weil wo ich in der stelle sind nicht sicher die gegend rennen der poli ganz zeit nur stehen der spaß eines lebens und ich weiß dass noch drei erzten also nein scheiße wieder machte ich alle und dann macht ihn alle ich musste ihn zuerst alle machen bevor ich mich alle mache muss erst eine tasse alle machen dann machst du den alle gemeint dann muss man auch so sagen wo immer du hast du tot was meine ironie gern geholfen wer ist gern geholfen geschnitte an ja was ein lüger kappi der clown sehen vertrag den stecken wir jetzt in unsere tassen jetzt hatte ich wirklich mal sehen wie oft sind wir gestorben sage irgendwann mit 100 mal 110 der mühste part ist jetzt der vierte ja wir sind schon über 100 mal gestorben nein na hier war noch nicht oder ist keine flagge dann hat es im gruselkabinett 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 habe ich auch erst vor wenigen tagen erfahren naja erst tot bestimmt weil wir sonst nichts zu tun habe aber man ist ja nicht sowieso dass diese sterne mich anschließen wenn aber meine scheiße ich glaube die schließen mich daran ja man bin ich berühmt diese level am fliegen es ist jetzt mal wir sind nicht zu spielen ich verschwinde du warst am ende hier jetzt machen wir töten ja man muss nach oben drücken jetzt so erst mal wissen wir also erst mal hier kennenlernen hier ja ich muss auf das auge zauber mini meins ist es müssen einmal ein reicher zu erreichen nachwart zumindest ein einziges mal besser gewesen wenn du keinen schaden ja so lustig ja mag diese klassischen sound defekte ich komme nicht noch ein guter rot meine wollte ich nicht nein da wollte ich nicht weg da war ein grad ich sah nicht noch leben bleiben kann mit dem fertigkeitsstufe der fertigkeitsstufe ist normal normal und gleich das ist die fertigkeitsstufe hier aber leicht gemacht hätten dann hätten wir noch einstellen 22 21 minuten sagen wir sind noch ein boss versuchen und übernimmt aber ich glaube ich weiß was kommen um ein doppelherz noch immer oder doppelherz wir könnten noch und wir können das mausoleum machen ja kommt muss man da wieder aufspringen war ja das war ja genau ein bisschen was von meiner gehirnflüssigkeit trinken ich muss ja noch sprudel also aber auch nicht nur gestreckt ja ja übrigens wenn die geister den kuh berechnung haben wir automatisch verloren aber vorher hat viel schwieriger ist im einzeln spieler und das war nicht so schwierig ich bin nur bei dem letzten ein einziges mal gestorben bei mir betroffen wäre es eine schlimme wir können ja nicht getroffen werden die man nicht mal schaden okay wir die machen keinen schaden aus dem tippe gesehen victory also einfach ich wusste dass ich noch etwas besonderes für euch wenn wenn ich nur lange genug suche aber ich wusste nicht dass ich wieder festsetzen würde danke dass ihr mich mit sein zweites mal befreit habt dann diese magische super kommt noch eine zu finden hat immer mit der spezial attacke ja wir kriegen die neue spezial attacke aber welche absolut nutzlos ist das ist so sehe ich die schlechteste überhaupt ja mein neues super freigeschaltet weil es ist nämlich unverwundbarkeit durch hören durchquers die astral eben um kurz und verwundbar zu werden was vollkommen nutzlos ist und jetzt nicht so sagen aber die unverwundbarkeit hält nur für ungerechnet drei sekunden an wenn also mit quadrat gesprochen lieben wasser wesen ob diese insel das könnte nur wenig von sich behaupten ja danke ja da geht und jetzt gehen weg die vertrags ist uns hier noch zwei bosse als klärchen diese beiden bosse kümmern wir uns im nächsten part ja dann würde mal sagen wir fangen mit dem rechten zuerst an oder wir haben wir hier verlöffentlichen leute wollen wir meine kleine show sehen angeblich ist schon werden fast so schwer wie parieren der anfang ist schwer aber schon bald kann man sie fließen mit der wird auch nicht schaffe ich irgendwann mal 44 auf einmal ja dass das wäre so oder wir sollten nun mal herkommen wenn wir das geschafft haben okay okay kommen wir da hier siehst du dir diesen schwanz naja weißt du was das bedeutet ein drache wo bin ich hier bist du vorgleich sehen was sollen wir zuerst machen die drachen oder das vogelhäuschen ich würde sagen doch als letztes den drachen als letztes ja okay alles klar dann sehen wir uns im nächsten part wieder mit neuer boss action nope nope bis dann und ciao bye and now they're fighting for their lives on a mission fraught with dread and if they proceed but don't succeed well the devil will take their hands well the devil will take their hands